Von der 12. Juni von diesen 3. 50. 13. Sterbefälle von verschieden Städten auf der Welt, für diese Werk. Gestorben aus dem 14. Juni von diesen 3. 15. Potter Quirin-Klosen. In aller von 17. Joanne, der von Kingsville, Ontario, Kanada, sind ja früher ausgeborene Christina Wohl. Gestorben aus dem 15. Juni 2020 ledige Maria Rema, in aller von 45 Jahren saß, Monaten 13. Deo, so auf Nieren-Tribbel geholt von Spanish, Locate, Belize, Erde, Alden, St. Carolco, Rema, in Marta de Remar. Gestorben aus dem 15. Juni 2020, Isak Losen-Triesen, in aller von 57 Jahren, von drei Monaten 3. Deo, von Amar, Ontario, Kanada. Sine frühe ausgeborene Nancy Knolsen. Gestorben aus dem 16. Juni 2020, Isak Losen-Tribbel, in aller von 70 Jahren, saß Monaten 8. Deo, von Homburg, Combo, Ochtien, Nueva Ideal, Delango, Mexico. Sine frühe ausgeborene Katharina Wohl. Gestorben aus dem 15. Juni 2020, Isak Losen-Tribbel, gestorben aus dem 15. Juni 2020, Christρό He Southrober, in aller von hot 60 Jahren, von Manitouba, Bolívio. Sine frühe ausgeborene Maria Wiebe. Gestorben aus dem 15. Juni 2020, und bis vor 15. Juni 2020, der von Roosevelt, Manitouba, Kanada. Sine frühe ausgeborene Rionna Schröpfle Years-Tribbel, gestorben aus dem 16. Juni 2020, des 15. Juni 2020, Isak Losen-Tribbel, 23. Früh wird frische Geburt nach einer Thyssenbrühe in Erlaub von 3.70 Uhr und 4.15 Uhr soll er schworkrank gewaß von Chihuahua, Campeche, Mexiko. Gestorben erst in 9 Tieren-Dünne 23.30 Uhr gab Friesen in Erlaub von 6.30 Uhr von Alma, Ontario, Kanada. Sehen die erste Früh als geborene Susanne Becker, der zweite Früh als vierte Früh als geborene Susanne Brühe, der erste Morgen in Porta Friesen, der zweite Morgen als geborene Susanne Brühe, gestorben erst in 9 Tieren-Dünne 23.30 Uhr. David und Salma Fung und Erlaub von Berndi von in Erlaub von Tieren-Dünne 23.30 Uhr. Sehen vor der Haft haben ewig gefeuern derchen Eugleich mit dem Traktor von Paragy. Gestorben erst in 9 Tieren-Dünne 23.30 Uhr. Früh-Henrich-Fergen geborene Louis B. Friesen in Erlaub von 7.70 Uhr und zwei Monate soll er für Feuerwehrkrank im Krankenhaus gewaß von Kolonie Sommerfeld-Paragy. Gestorben erst in 7 Tieren-Dünne 23.30 Uhr. Gab Dick Happener in Erlaub von 2.90 Uhr und 9 Monate von Mord in Manitoba, Kanada. Sehen früh als geborene Grace Schild. Gestorben erst in 9 Tieren-Dünne 23.30 Uhr. Porta Villa, Südermann in Erlaub von 9.00 Uhr und fünf Monate vor der von Winkler, Manitoba, Kanada. Sehen früh als geborene Elizabeth Betty Giesbrach. Gestorben erst in 10 Tieren-Dünne 23.30 Uhr. in Erlaub von 3.30 Uhr. Gestorben erst in 10 Tieren-Dünne 23.30 Uhr. In Erlaub von 3.30 Uhr. Gestorben erst in 10 Tieren-Dünne 23.30 Uhr. Gestorben wach waren 100 Tieren-Dünne 23.30 Uhr. Gestorbenn am 오래 Vernunft in 20 Nat coolter Wolken gelten statt in 10 Tieren-Dünne 23.30 Uhr. in Erlaub von 47.30 Uhr. der hohe Blutsteiger und der schwer krank war vom Kampfeuer Coctemps, Chihuahua, Mexiko, seine frühe als geborene Katharina Niederbeugen. Gestorben ist die in 1. verletzten Juni 2023. Frühenrich Klosche, geborene Anna Wieb. In Allerf haben feuerkräftig Juhl und einen Monat entwündigt die Aufwand. Kommen vor entwündigt Quartiz Coctemps, Chihuahua, Mexiko. So als ohne die lang kränkliche war es, und für einen Weg haben sie auch operiert in es und heute gestorben. Gestorben aus dem 21. Juni und 23. Cornelius und Judith Panasch Neckles ihre Tochter, Rachel Neckle Paner, im Allerf von 3 Juhl, sei in ihrer Sesterhund ein Artlag geholt, mit einem Motorsägel von London, Alberta, Kanada. Gestorben ist durch ein Anfall den 21. Juni und 23. Juhl, 23. Früh, geb Hibatsche, Nelly, schnausendig. Im Allerf von 38 Juhl, wenn ihr ein Tag von Campo Twelfenhof, Hoctemps, Chihuahua, Mexiko. Gestorben ist den 22. Juni und 23. Juhl, 23. Oberm Wohl, Rema, im Allerf von 42 Juhl, neigen Monat, in 2. Juni, von Los Palmas, Campeche, Mexiko. Seine früh erstgeborene Katharina Hibat. Verheer Wohnhof gewaß ein Neuvo Ivial, Durango, Mexiko. Gestorben ist den 22. Juni und 23. Rudi und Maria Degg, Erbebe, Arcelio, feit Degg. Im Allerf von Aufdiow, von Scheintol, Spanisch laget Belize. Gestorben ist den 21. Juni und 23. Cornelius Leuves, ihre Dochter, Alvina Leuven, im Allerf von 23 Juhl, sei wie behindert, von Sandra Klara, Kampu-Lífu-Fertig, Svjóa, Mexiko. Halló, ekkert ég blúsa einn félagfixin, fannig ég, ja, píbetja, þau er svunof in Kampu-Hundratundtvói in hálf, neitt Kampu-Tválf in hálf, sagði ég langsyn og ólum voru talan merkidöld. Föder Gott, färsinn eg, það ekkert ferdón von díge kánntu vorn. Du gafs mit egligen Tövang til díne Falkunnen gestórktu vorn. Þn der dínen hélgen des Farms, du fér aksam. Tem de Polen erbíder min beuten eva di. Petit mine läuft te di in min Verstætnis du fér. Vorti gefált, hau mi aschulig, während ég av de Fárakömpf Jóisi vár. Am Númen Jóisi, ámen. Vorti gefált, hau mi aschulig, Am Númen Jóisi vár aðein. Vielen Dank.